hallo meine lieben hier ist natascha mit einem weiteren video für euch heute machen wir halbperlen beziehungsweise animal dots und wie die alle heißen das sind sozusagen abgerundete halbperlen embellishments ich habe hier schon welche vorbereitet von viva dekor habe ich verschiedene perlenpans und glitzerpans ich habe auch ganz viele verschiedenste varianten von den novo drops und ich habe hier welche schon vorgearbeitet ich habe die über nacht trocknen lassen manche sogar über zwei nächte und habt ihr halt wirklich nicht angerührt und so lange durch trocknen lassen dafür verwende ich ganz einfach laminierfolie oder wie hier verpackungsmaterial von stanzen oder stempeln die halt etwas stabiler sind ihr könnt das natürlich auch auf dünner folie machen wie prospekt folie und ähnlichem das problem hinterher ist dass das ganze ein bisschen wackelig ist und ich finde eine stabile folie als grundlage ist für diese variante einfach besser geeignet ihr könnt ihr halt später besser aufbewahren ich werde sie genauso zu meinen halbperlen und schmucksteinen einordnen habe werde sie halt auseinander schneiden nach farben sortieren weil ich habe je nachdem eine ganze folie für eine farbe benutzt und manchmal habe ich aber auch zwei oder drei farben auf eine folie gebracht das ist an sich total einfach ihr setzt mit etwas abstand eure halbperlen ihr größer die perlen werden desto größer muss der abstand sein läuft die einfach der der gefahr entgegen dass die punkte ineinander laufen wenn sie einfach zu nah beieinander sind natürlich ist auch je nachdem wie lange ihre drops oder perlen pens oder was auch immer nicht benutzt habt eure spitze wahrscheinlich verklebt ihr müsst ihr erst frei machen dann müsst ihr die spitze durch prickeln oder im schlimmsten fall tatsächlich aufmachen auswaschen und das was verklebt vorne drin steckt raus drücken ansonsten könnt ihr eure flasche nicht zum laufen bekommen hier habt ihr gesehen hatte ich auch eine perle die sich ein bisschen die wohl auslaufen wollte da habe ich ein bisschen mit dem mit der prickelnadeln nachgeholfen und wieder in form gesetzt manchmal klappt das manchmal nicht was auch wichtig ist je nachdem welches material verwendet manche bilden tatsächlich blasen diese blasen könnt ihr im flüssigen zustand noch durch prickeln durch fixen und öffnen dann wird der halbperle trotzdem perfekt ich habe das schon mal von vor einem jahr oder vor zwei jahren gemacht und habe die halbperlen nachdem sie trocken waren tatsächlich auch abgemacht und habe sie in eine sortierbox getan ich zeige sie euch am ende davon rate ich inzwischen ab am anfang so die ersten paar monate war das gar kein problem die halbperlen waren wirklich locker da drin aber nach dieser zeit klebten die wie gulle und ich habe dir wirklich nur mit mühe aus dieser box wieder rausbekommen manche klebten aneinander manche klebten an dieser box fest deswegen mein rat an euch wenn die halbperlen durchgetrocknet sind so lassen auf der folie und dann einfach nur noch mit dem skypellmesser die halbperlen anlösen die ihr benutzen wollt und dann halt eine perle nach der anderen anlösen natürlich müsst ihr dann mit flüssig kleber diese perlen ankleben die haben ja kein kleber wie bei gekauften dafür kosten sie euch aber nichts ich denke mal viele von euch haben welche zu hause hier habe ich ein vintage novo drop wir sind etwas anders von der konsistenz die sind durchgefärbt und nicht glänzend oder schimmernd die sind wirklich matt und da wie gesagt da gibt es alleine von der novo serie schon ganz viele varianten aber auch wie ich diese viva decor perlenpins die habe ich bestimmt schon ja gut zehn jahre ich habe festgestellt dass zum beispiel einer von den glitzer stiften bei mir einfach nicht mehr taugt den kann ich entsorgen oder ich benutze ihn halt nur zum beglitzern von irgendwas aber der konsistenz dieses fest werden ist nicht mehr und er wird einfach also der das bleibt nicht als halbperle der wird einfach nur flach und das zeige ich euch auch im zweiten teil des videos ich hoffe ich kann euch mit dieser idee eine anregung geben die unfallfreie variante eine perfekte halbperle selbst zu machen und hier ist die box ich wollte euch noch was zeigen und zwar habe ich hier ein paar perlen die mir auch wirklich nicht gelungen sind ich weiß nicht ob ihr das gut erkennen könnt die grünen zum beispiel da die haben sich gar nicht gesenkt das kann durchaus passieren wenn halt die spitze ein bisschen zusetzt und die flüssigkeit die da drin sitzt halt nicht mehr so funktioniert wie sie soll und die konsistenz sich einfach verändert die die danach folgenden sind alle super geworden bei denen zum beispiel der ist immer noch feucht da musste ich eine zweite schicht drüber setzen und die sind komplett verlaufen die sind überhaupt nicht erhaben das war jetzt auch der glitzer glitzer pen von viva decor der grüne übrigens auch der blau scheint aber inzwischen die konsistenz oder überhaupt diese mittel die dann eigentlich zum binden und zum aushärten gedacht sind nicht mehr zu enthalten oder ist einfach nicht mehr ich sag mal nicht mehr so wie es sein sollte ich habe die auch schon ewigkeiten in meinem büro und deswegen wundert mich dann auch nicht dass das eine oder andere dann irgendwann nicht funktioniert hier wollte ich euch zeigen wenn ihr die perlen zu nah beieinander setzt das war mir mit der perle zum beispiel passiert die ist mir zu groß geworden die zerlaufen ineinander dann habt ihr halt keine einzelnen perlen dann habt ihr halt so ein blog ich meine auch den kann man weiterhin nutzen man kann inhalt zum teil verstecken aber ich sag mal wäre das auf eure karte passiert wäre das ein kleines unglück und dass irgendwie ist das alles zu transparent ich glaube das ist so ein bisschen besser zu erkennen so könnt ihr das ganze halt entgehen und wenn ihr die auf vorrat macht dann habt ihr auch die perfekten perlen wenn eben sie wenn ihr sie braucht dann ganz schnell zur verfügung ich würde euch empfehlen das ganze auch dann mit einem skalpel anzulösen ich hoffe das funktioniert jetzt vor der kamera einerseits könnt ihr das ganze ein bisschen anheben den skalpel lieber von von euch weg so da hat sich die eine angelöst das ist eine von den großen halb perlen und dann könnt ihr mit flüssig kleber die dann auf eure werke fixieren also ich tue die mal wieder zurück die sind halt ausgehärtet da empfehle ich auch nicht nur über nacht sondern vielleicht auch zwei tage draußen liegen zu lassen um einfach sicher zu sein dass die tatsächlich auch durch getrocknet sind und zum beispiel jetzt beim anlösen mit dem skalpel nicht kaputt gehen oder knicke entstehen risse und 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 dann das was ich euch auch noch zeigen wollte genau das war jetzt auf dem anderen bogen das silber hier das ist stickles ich dachte wenn diese glitzer stifte funktionieren warum sollte das mit stickles nicht auch klappen ja tut es aber nicht und beim ersten versuch habe ich da schon gemerkt von der konsistenz war es komisch und ich habe es einfach dann sein lassen das sind die steinfarben von nuvo die sehen echt interessant aus die haben eine tolle struktur und da würde ich auch empfehlen die punkte etwas größer zu setzen da auch die öffnung der flasche sehr stark ist also die ist nicht so fein die ist was dicker und das waren mehr oder weniger die feinsten perlen die ich hinbekommen habe was auch ab und zu passiert dass ihr zum beispiel auch luftblasen habt da ist zum beispiel eine die guckt ein bisschen doof raus man kann die perle immer noch benutzen aber man muss sie halt zum teil wirklich verstecken genauso wie die und die ist zum beispiel etwas unförmig und das ist halt wirklich das schöne wenn ihr die auf vorrat macht könnt ihr euch dann hinterher die schönsten aussuchen und sagen wo da ist eine doofe luftblase drin das möchte ich nicht unbedingt komplett auf mein projekt haben dann klebe ich das halt etwas versteckt oder da wo die blase an der stelle sitzt dass das halt nicht so auffällt ja das war's jetzt zu den halb perlen ich hoffe das video hat euch geholfen oder euch angeregt das vielleicht auch mal auszuprobieren das würde mich sehr freuen denn ich habe mir die preise angeguckt für animal dots und das ist ja teilweise 5 euro pro bogen und ich denke mal nuvo drops haben wir alle zu hause und die kriegen bei weitem nicht genug liebe und beachtung und ja das wäre es auch schon bis bald tschüss 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 Vielen Dank.